ich bin auf jeden Fall tot wenn ich jetzt entdeckt werde die Reisen nach Fahrregel allesamt ich sehe sie oh die sind schnell na toll ich renne wieder hinterher ich bin auf dem Pferd mit Speed oh Mann was ist denn das da ein Freund er hat dann hinter mir haben sie runter geschossen halt so schnell bleib einfach stehen weg dich nicht einfach Geduld haben gut so lauft ruhig ohne mich lebt ihr noch? ich lebe noch ja da war ich nur nicht drin die Ruinen des Reliktis maaaann ja ich kann nur mal hier rein ich hab ich weiß nicht wo die stehen ich muss mal gucken wieso ich nicht mal schleichen kann das ja merkwürdig aber manchmal nach manchen Spillzimmer kann ich auch einiges nicht mehr ich weiß nicht woran das liegt guck mal ob bei deinem Rüstungshit das eine untere der Bohne noch hell ist ne 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 die sind alle aktiv müssen ja 5 sein 1,2,3,4,5 ich muss natürlich den Weg fahren ja ich weiß das dauert jetzt alles ein bisschen lange weil ich das laufen vor allem aber ich wollte nebenbei noch mal hier in die die Feinde nein die sind alle nach Süden geritten die kann ich mal reparieren hier ah ich hab nichts zu meiner Rechten da hab ich aber Schwein gehabt ja ich seh einen der reitet in deine Richtung ne doch nicht ich hab kein paar verbundete verbundete beides da unten ist ne Schlacht ich lauf mal hin kommst du ups das sind mehr rote das sind nur rote hau ab da da kommt grad der ganze rote Haufen in deine Richtung echt? mhm ich müsste mal dann mal darstellen ich bin über dir irgendwo oh ich seh's ja ich bin über dir flitzi flitzi ups ich bin immer so ein Hasenfuß ne ich hab grad einen Gegner gesehen der ist auch noch bei mir hier oben irgendwo komm runter dann spring in das Wasser drüber oder nicht ins Wasser reinspringen unten sondern oben drüber oben drüber? ich seh dich ja hier unten komm aus der anderen Seite runter da ist immer so oh das war knapp komm her komm her komm her ich sollte deine Tipps nicht so oft beherzigen ich hab ja gesagt nicht runter springen was ist das denn? ach so nichts das Ding muss hier wohl öfter einsetzen was ist denn hier? hier ist doch gar nix jetzt rennen wieder alle weg ach wir kämpfen gefahren ach wir kämpfen gefahren gnarz gib mir eins ab so drück ich jetzt mal 5 drück ich jetzt mal 3 wir freuen ziemlich viel da sind ja alle hin mhm geflohen aber warum? da waren viele getarnt wo ich war oben naja einen ich hab einen gesehen aber vielleicht waren es noch mehr wo ist eigentlich hoch? guck auf die Karte nee was machst du denn da? weil viele von uns da hier sind ach so da hier wieso? wieso? weil die Haufenweißen hier sind keine Ahnung warum die hier sind ach so deswegen keine Ahnung warum die auf der Brücke hier sind ok wir versuchen es nochmal mit dem Bauernhof jetzt bin ich hier langsam merkwürdig vielleicht bin ich auch einfach nur langsam vor weil du keinen Speed mehr hast weil ich hab mich auch total dran gewöhnt ich bin vorhin mit meinem Großen rumgerannt und hab gedacht der bewegt sich ja gar nicht mehr kann sein ja war da einer? ich bin mir nachher testen da kann ja ich schleichen du schleichen dann gucken wir nachher was ich bin eher entdeckt da der ist mein Kollege wenn ich mich nicht so du bist da ich bin die da ich bin der hingew impressive hier ich bin dran ich bin die Da war wieder so ein blöder Wagen im Weg. Jetzt noch eine, Achtung. Ah, unser. Ich hau mich gar nicht rein. Ich auch. Nee, ich geh da nicht nochmal rein. Was ist das für ein roter Ring? Achso, das ist langsamer. Wo lachst du drin? Ah, es ist keine Katapulte. Vorne an der Burg, am Burgraben, da sind noch welche. Äh, viele. Ist er runtergesprungen? Ja, da ist 100. Gut, der ist tot. Ich glaub, das Gebäude ist die Kunti frei. Leider, ob ich mal. Ich hab' jetzt grad nach unten gesegelt. Das sah das lieflich aus. Uh, knappe Sache. So, jetzt warte ich mal kurz. Weil die Lage sieht noch ganz gut aus. Und dann mal sehen, was wir als nächstes mal vielleicht darauf dienen. Ja, aber der ist tot. Komm schon. Einfach in meiner Nähe. Ich hol' erstmal die Kollegen wieder. Dann gehen wir eine Ebene tiefer. Oder zwei. Das ist nur mal von Marlesien. Und dann gehen wir ewig mehr Marlesien rund. Was ist hier passiert? Ich hab' nen Dot. Ich hab' nen Dot. Jetzt nicht mehr. Auch nen Dot. Ich bin irgendwie schmutzig. Was ist'n das? Nee, krieg' ich. Der First Person sehe ich immer nie diesen roten Radius. Deswegen spieg' ich manchmal denn doch lieber in First Person. Uh. Zum Beispiel jetzt. Ja, First Person sieht man ein bisschen näher, definitiv. Ja. Ja. Da oben ist noch ein Typ. In dem Hau ist noch ein Typ drin. Dann macht's den Film. Bist du immer noch da oben? Nein. Da oben ist er aber. So bin wir da. Okay. Danke. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ich seh' immer keine. Das ist ein Minenschen-Spieler. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Vor allem muss man die Augen überall haben. Und dann gucken, dass man nicht getroffen wird. Ich hab' mehr damit zu tun, nicht getroffen zu werden, als jemanden zu treffen. Geht es euch auch so? Ich hab' immer mehr damit zu tun, die anderen, äh, ne. Zu sehen, wo überhaupt was passiert, anstelle, dass ich was angreifen kann. Ich hab' keinen Fall. Biss' mal da oben. Attacke. Wo ist er denn? Genau, eben hat er getreten. 260 Kilometer. Der Blut ist runtergefallen. Von der Blut ist runtergefallen. Wahrscheinlich nicht. Mann. Oh, jetzt geht's ab. Ey. Stopp da. Also hier ist grad rein. Ich steig bei uns in der Party, oder? Ja, von draußen Nein Ich weiß nicht, ich weiß nicht Irgendwie mein Böse, die da auch Das ist ein bisschen Danke Also, dies wird es noch nicht mehr sind Ja, da kommt Voll Ach du Scheiße, die Böse Kann man irgendein Level eigentlich hier genauso mit zusammen wie mit dem Einzelspieler, Larry? Du wirst hochgespielt Aber hier fehlen trotzdem nur so viel, ne? Ich muss mal sehen, dass der reiner einen Skillpunkt fehlt Ja, das ist ja aber nicht schlimm Das fließt ja sowieso nicht an Das ist ja die Passiv empfehlen dir Die Passiv empfehlen dir definitiv Mir geht's gar nicht gut Wirst du? Von dir hier steht Lantar von mir Puh Ich bin gleich wieder tot hier Nein Nimmst du noch? Jaaaa Wow Ich zieh mich mal ein bisschen zurück Ach, hier oben stehst du gemütlich Ja, warum nicht? Nein, ich bin grad hier hochgerannt Ja, ja Ich mach die ganze Zeit unten bei den anderen Das ist nämlich doof hier oben da Ich würde gerne mehr schießen Zumindest wenn ich oben bin, kann ich doch eigentlich weiter schießen Da haben sie Die sterben sie gerade Die haben zu viele Ballisten und sowas Da sind ja welche Kriegt er mich gar nicht mit? Der hat mich echt nicht mitbekommen Cool So mag ich das natürlich auch gerne Versuch es mal mit ihm hier Ja, woher Mist Was ist mit mir? So ein rotes Leuchten Wird das auch wieder auf? Bestimmt Hm Ah, ich Das rot ist Kann sogar sein, dass es Gut ist Warte mal Bleib noch jetzt bei mir Ich guck mal auf Ich hab's nicht mehr Ja, deswegen ja Ich will mal gucken, wenn ich den einen Spell mach Ob das dann wieder kriegst Kann es nämlich sein, dass es eine Verbündete-Nachtlinge-Fähigkeit ist Wenn man Gegen einer mehr ist Wo schießen sie hin? Ach, wieder so ein fetten Germanum Ich hab ja auch nur Hier müssen wir Wurde schon zu sagen, da trifft man doch gar nicht mehr Es kann sein, dass es noch eine Heilungsfähigkeit ist Die die Nachtlinge hat Die Kleine Wir stehen hier ganz schön auf lauer Stellung Manchmal ist das halt so Na ja, da muss man ein bisschen Geduld haben Kann ja nicht mehr so viel passieren Ich glaub, die wollen sich von außen hoch schleichen War das sowas, wo ich grad hab um mich rum, guck mal Hä? So wie ich roll grad rönt durch Nein Das war rot Blutrot Das war doch blutrot Ne, da hat der aber halt so ein goldenen Sternchen noch gehabt Ja, das war was anderes Das war Achtung Das hast du auch gemacht, oder? Das da? Das? Nein Ne, das ist es nicht Okay Dann war's nicht Nachtlinge Das war mehr was Matschiges Was Matschiges Da stört ja mal nen Kollegen hin So Der steht gut Zwei Helmeln steht da Haha Zwei Helmeln Zwei Helmeln Ja, war der gleich so schlecht Du ist aber klein Haha Ja, ich bin klein Weil ich bin generell klein Und ich hab's nicht mehr größer gemacht Du hast ihn größer gemacht? Nein, ich hab mich nicht mehr größer gemacht Achso Achso Das ist ein kaffig Wenn die nicht dran kommen, ne? Ah, die halten sich schön auf Abstand So ein Tannencampern kommt trotzdem nicht dran Haha Hallo Ja 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 Und das war eigentlich jetzt Ja Hallo 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 Ja Hallo Hört ihr mich? Ja Naja Hallo Jetzt hab ich ihn wieder weggemacht. Ey, du lachst doch schon ein bisschen, ihr Mensch. Wow, wow, wow. Hä? Wo sind die auf einmal hin? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das eben war? Wer pfeift denn da? Ach nee, er hornte. Wer hornte denn da? Keine Ahnung. Oh nein. Mist. Fünf. Hier ist er noch geschwommen. Was haben diese Schriftrollen auf sich? Oder was hat's? Schriftrollen? Schriftrollen? Gehalten oder so. Ich wusste alles an. Okay. Das zieht sich aber ein bisschen fürchtig. Kling. Guck. Jopp. Ist wieder frei. Danke. Bitteschön. Aha, ungescheuß. Okay. Ja. Ja. Sie hat verzeihlich die Tasse gesucht. Und dann hat sie sie gefunden. Na ja. Es ist halt auch ein Video. Im nächsten. Ja. Ne, nicht im nächsten. 20 Folgen ungefähr, okay. Ich kann also rausschneiden. Magst du sowieso nicht. Du hast schon öfter gesagt, du schneidest mal so ein Auge. Oh, ich musste einige schneiden. Na, ich bin nochmal krank. Kann ich nochmal muten, oder? Ne, ne, diesmal, äh, so wird irgendjemand redet. Na los, komm schon. Ja, jetzt bin ich wieder dieselbe Stelle, wo ich gestern auch schon nicht hochkam. Wie komm ich dann fest zu euch? Äh, du gehst nach Fahrregil und laufst her. Ja. An einem sogenannten Transitostein. Alles klar, dann bin ich mal auf dem Weg. Er meint jetzt die Burg da, oder? Ja, die Burg da. Alles klar. Achtung, Doc. Geh in das Haus rein. Schießen von oben. Drück doch X, du Anderer, na. Du Anderer, aha. Ne, der hatte was an Anderer, der ist noch verreckt, deswegen. Ja, ich glaub, ich geh noch ins Haus rein. Ich muss trotzdem bald wieder beenden. Ich muss... Wohin? Ins Haus. Ich bin noch oben. Dann war's jemand anderes. Dann war's, äh, wir waren das dann, äh... Ups. Ah. Ja. Ja, 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 ja. Irgend noch einen. Verdammt. Hat jemand Pech dabei? Ja. Echt? Also jetzt nicht... Na ja. So viel? Ja. Von mir hat grad einen Pech hingesetzt. Ich stehe quasi genau im Pech hing drin. Ich hab' dann wieder von der von. Ah, ich weiß, was du meinst. Aua. Zuhuulft! Shit, hab ich noch was zur Essen dabei? Was hab ich denn da? Boah, das hältst du, dass man keine Halte hier haben. Ja, du sagst es. Asker hätte heute gut getan. Wo ist Asker? Sonst jeden Tag da. Ist das Finale noch nicht zu Ende? Doch. Oh oh. Achterlack. Oh. Danke dir. Ich krieg keine Heilung durch das Ding. Ich krieg bloß die Regeneration. Und deswegen hab ich ja gesagt, es wäre cool, wenn zwei dort das Ding hätten, dann können wir uns ja nicht gegenseitig hochheilen, weißt du? Verstehe. Die Feuerbalizze ist ja richtig verdammt. Die sind durch. Ja, ich bin runtergefallen. Die kamen sowieso grad von hinten. Die haben grad das Ding durchgerusht. Ja, hab ich gemerkt. Ich hab nicht mal... vergesst es mit Fargel. Ähm... Puh. Ähm... Coil? Ja? In der Burg drin... ...ist ein Transitus-Stein. Mama, ich zeig dir das mal. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, wo du bist. Ich komm mal zu dir und hol dich mal zum anderen. So, ich kann wahrscheinlich erst mal hier meinen Sold abholen. Ja, genau. Ich bin mit an einer Burg, wenn ich jetzt... Ja, ich weiß. Da hab ich mich von hinten verlebt. Komm mal an die Burg rein. Und dann können wir noch mal gucken, wie viele Punkte wir schon haben. 291, 15.000. Naja. Willi, du musst jetzt ja auch schon gut Punkte gemacht haben. Ja, ich bin jetzt bei knapp 19.000. Gut. Komm mal mit. Ob die sieben Tage zusammenzählen? Ja, sieben Tage sind das immer. Äh, beziehungsweise fünf. Die Anfänger-Kampagne geht ja noch fünf Tage. Komm mal da rein. Ach so. Ähm, und dann... Immer wenn du belebt bist, die irgendwo hast du... ...wirst du direkt an diesem Portal-Stein hier belebt. Wer steht denn da? Das ist ein Transitus-Stein. Mit dem kannst du reisen zwischen den Burken. Ja, das war ja beim ersten... ...war ja die Einführung grad schon... Genau, da kannst du überall machen. Wir konnten jetzt nach Farregel. Moment, Moment. Das ist dann in der Mitte, wo die... ...wo Doc und Rupps stehen. Näh, ach da. Der nächste sozusagen. Also ich kann immer den nächsten und reisen sozusagen. Du kannst überall, alles was gelbes. Alles überall wo die gelben Sträche hingehen. Kannst du reisen. Wir sollten dringend nach Rübeck, Leute. Nach Rübeck. Rübeck, Rübeck hat keine, ähm... Können wir da noch hinreisen? Nein, hat keine Lager mehr außenrum. Ups, kommst du.